Hallo Ostpreußen, es freut mich, dass ihr wieder eingeschalten habt zu einer neuen Folge der Ostpreußischen Grundlagen. Ihr wundert euch vielleicht, warum habe ich denn heute weiße Handschuhe an? Möchte ich euch einen Stepptanz aufführen? Nein, möchte ich nicht. Es geht mir heute darum, wie ihr vielleicht im Titel schon gelesen habt, ich möchte euch erklären, wie er zum Beispiel an so etwas kommt. Oder an ähnliche Dokumente. Es steht im Titel, dass es um die Ahnenforschung speziell auf Ostpreußen oder auf die alten Ostgebiete geht. Natürlich sind meine Tipps und Anregungen, die ich euch gebe, auch universell anwendbar auf den deutschen Raum. Aber wir gehen heute als speziell mal auf die Ostgebiete ein. Ich werde euch schrittweise erklären, was ihr braucht, wo ihr das herbekommt, wie die Seiten sind und was für einen Nutzen es natürlich hat, beziehungsweise auf was ihr auch achten müsst. Also es sind heute fünf To-Dos zu erledigen und ich würde sagen, wir starten direkt auch mal damit. Als erstes, ganz wichtig, das werdet ihr heute noch öfters hören, ganz wichtig, ist alles heute ganz wichtig, schafft euch so etwas an. Ich weiß, ihr könnt es vielleicht nicht sehen. Ich behalte es. Guck mal, ob der Fokus sich fokussiert. Ah, das ist richtig, aber ihr könnt es zumindest erahnen, was es sein soll. Eine Übersetzungstabelle. Fraktur, Gotisch, Deutsche Schrift und halt die normale Lateinschrift, die wir kennen. Dieses Kärtchen, dieses Lesezeichen bekommt ihr eigentlich überall. Ich habe meins von dem Bund für Deutsche Schrift und Sprache. Das ist ein Lesezeichen. Das habe ich mal, weil ich dort ein Buch bestellt habe, mal dazu bekommen. Und es ist sehr hilfreich. Ihr solltet euch auch so etwas anschaffen, weil es ist essentiell wichtig, dass ihr alte Kirchenbücher, alte Standesamtunterlagen und alles lesen könnt. Weil, wie ihr hier auf einem anderen Dokument seht, um das mal ein bisschen reinzuhalten, die Deutsche Schrift ist sehr schwer zu lesen. Ohne Übersetzer oder wenn man es schon kann, ist es echt schwierig. Deswegen schafft euch so etwas an. Ich zeige euch aber euch heute nochmal, wo ihr das auch online finden könnt. Für alle, die sich nicht das extra anschaffen möchten. Aber es ist sehr hilfreich, so etwas immer im Haus zu haben. Gehört zur Grundausstattung eines jeden guten Haushalts so etwas. Wir fangen mal an, was ihr alles braucht. Beziehungsweise wie der Werdegang ist. Wo wir am besten anfangen. Ihr habt keine Ahnung. Ihr seid wie ich. Ich habe auch von nichts eine Ahnung und wollt jetzt wissen, wo kommen denn eure Großeltern her? Wo bekommt man das alles her? Als erstes fragt ihr natürlich bei euren Eltern an. Ihr versucht die zu interviewen. Also einfach mal fragen, wie sind denn die Geburtsdaten ihrer Eltern, also sprich eurer Großeltern. Wenn ihr nicht die Großeltern selber fragen könnt. Also es geht immer so weit Generationen natürlich zurückzufragen. Fragt am besten bei der Generation an, die am weitesten zurückgeht, die noch da ist. Im Regelfall ist das immer noch die Großelterngeneration. Es sei denn, ihr seid schon etwas älter als ich. Dann wird es schwierig werden. Aber im Regelfall geht es auf jeden Fall so die Eltern, Großelterngeneration, wo man noch mal anfragen kann. Das heißt, ihr fragt euren, wir gehen jetzt mal vom Beispiel Opa aus, Opa, Oma. Ihr fragt eure Opa, Oma, woher sie kommen, beziehungsweise wann sie geboren wurden. Und ob sie euch vielleicht mal ihre Geburtsurkunde zeigen können. Wenn ihr die Geburtsurkunde habt, werdet ihr feststellen, das zeige ich euch dann natürlich noch mal am Rechner, werdet ihr feststellen, dass die euch gar nicht so viel bringt, weil ihr darauf zwar deren Daten stehen habt, aber nicht weiterkommt. Deswegen zeige ich euch heute dann, wie ihr aus der Geburtsurkunde oder aus den anderen Dokumenten deutlich mehr Informationen rausholen könnt, um noch weiter zurückzugehen. Am Beispiel Großelterngeneration fangen wir dabei an. Deswegen gleich als Einstand quasi Wichtigstes von heute, Registereinträge anfordern, keine Urkunden. Ihr werdet gleich sehen, warum. Als kleine Einstellung noch, die Preußen, um die es ja heute geht und die im Deutschen Reich im Prinzip ja eigentlich die Verfassung gegeben haben, 1870, 1871. Um da genau reinzugehen, machen wir ein andermal. Aber die denn ja im Prinzip die Verfassung gegeben haben und die ganze Struktur. Die Preußen haben am 1.10.1874 ein Standesamtssystem eingeführt, was uns sehr hilft, um alles rauszufinden. Deswegen schalten wir jetzt mal rüber auf den Rechner oder auf den Rechner, egal. Wir schalten jetzt mal rüber auf den Rechner und dann zeige ich euch, wie der ganze Spaß vonstatten geht. Viel Spaß! So, jetzt kommen wir mal zum praktischen Teil und hier haben wir einen riesigen Vorteil. Zum einen hat Preußen ab dem 1.10.1874 Standesämter eingeführt. Das bedeutet im Prinzip, ab da wurden die Kirchenbücher nicht mehr genutzt, also dieses Handschriftliche und dieses eher Ungeordnete, darauf gehen wir dann später nochmal ein, wurde da nicht mehr genutzt, sondern es wurde ein Registersystem angeschafft. Und wer die Preußen ein bisschen kennt, weiß, dass sie ziemlich ordentlich sind und ziemlich genau. Und das machen wir uns einfach mal zum Nutze, indem wir uns mal ein paar Beispiele anschauen. Und da sehen wir auch gleich, warum wir lieber den Registereintrag uns anschaffen bzw. anfordern, anstatt der Sterbeurkunde. Weil hier haben wir eine stingnormale Sterbeurkunde, so wie ihr sie bekommt oder wie ihr sie habt von irgendwelchen Vorfahren, die jetzt in der Bundesrepublik ausgestellt werden. Und die DDR sieht ähnlich aus, hat dann natürlich hinten keinen Bundesadler, sondern halt das Wappen der DDR. Aber wir sehen hier drauf natürlich die ganz normalen Angaben, wann gestorben und wo zuletzt wohnhaft und auch wo geboren. Auch mit wem er verheiratet war. Hier habe ich natürlich den Namen nicht komplett geschwärzt, weil die Schreibweise sehr wichtig ist. Wir werden feststellen, dass es im Deutschen Reich früher häufig so war, also auch vor dem Dritten Reich, dass Namen, die polnisch oder ausländisch geklungen haben, wie zum Beispiel dieses SZ, was wie ein SCH ausgesprochen wird, dann eingedeutscht wurden, also germanisiert wurden. Es gab ja bereits unter dem Kaiser Wilhelm II. diese starke Germanisierung, auch schon unter seinem Großvater und Vater. Aber dementsprechend kann es passieren, dass in früheren Urkunden oder irgendwo anders der Name anders geschrieben ist. Aber das sehen wir dann später. Wichtig ist erst mal die Registernummer. Die Registernummer bedeutet im Prinzip, dass es der Todesfall 214 im Jahr 2000 gewesen ist. Diesen Registereintrag müssen wir uns anfordern. Den könnt ihr euch auch anfordern, wenn ihr euch ausgeben könnt, als jemand, der mit demjenigen verwandt war, natürlich nur. Wir schauen uns mal an, wie so ein Registerantrag aussieht. Wir sehen hier die Nummer 214 ist als wiederkehrende Zahl da. Und hier haben wir auch schon ein Stück weit mehr Angaben. Hier sehen wir, dass er zum Beispiel Maurer gewesen ist. Auch natürlich die letzten Wohnadressen und alles Mögliche. Das ist relativ wichtig für diejenigen, die natürlich eine Chronik auch schreiben, dass sie wissen, was war denn derjenige von Beruf. Wir sehen auch hier natürlich wieder den Geburtsort, der recht wichtig ist, wann geboren und mit wem verheiratet. Was uns aber weiterbringt, um noch weiter in die Generation zurückzubringen, sind diese Einträge hier unten. Wir sehen, dass die beiden am 15.06.1940 im Bankwitz in Schlesien getraut wurden. Dort haben sie diesen Registereintrag Nummer 6 1940 bekommen. Hier haben wir wieder diese Genauigkeit der Preußen. Weil, jetzt können wir an Bankwitz schreiben nach Schlesien und sagen, ich brauche bitte diesen Registereintrag Nummer 6 1940. Zu den Schwierigkeiten, um an Ostgebiete oder an Unterlagen aus den Ostgebieten zu kommen, dazu komme ich dann ein Stück weit später. Rein in der Theorie können wir jetzt natürlich anfragen in Bankwitz, wie sieht es denn aus, ich möchte diesen Registereintrag. Wenn wir dann Glück haben und er ist noch da, sieht es dann so aus. Hier haben wir genau das wieder, wir gehen mal ein bisschen ran. Hier haben wir das genauso wieder, Bankwitz, Kreis Namslau, Nummer 6 1940. Was jetzt aber hier wichtig ist, natürlich auch wieder die ganzen Angaben, wann geboren, sowohl von ihm als auch von der Frau. Wichtig ist aber, hier unten, der Vater des Mannes, jetzt wissen wir schon mal, dass er Christian hieß, und die Mutter des Mannes, Anna Rosina. Geborene natürlich auch gleich, dann wissen wir auch schon, wie hießen denn deren Vorfahren und natürlich auch, wo sie hergekommen sind. Genauso der Vater der Frau als Landwirt, wie er hieß, und auch die Mutter der Frau. Auch natürlich mit Geburtsnamen. Ärgerlicherweise haben wir hier dann nicht noch die Eintragung der Eheschließung der Eltern drin. Sehr wahrscheinlich, weil die Eheschließung der Eltern vielleicht noch irgendwo in ihrem Kirchenbuch mit hinterlegt war, oder einfach nicht mit an die Gämmo, das gab es leider vielfach. Wenn wir jetzt wissen, wie der Vater von der Frieda Maria hieß, können wir natürlich Nachforschungen anstellen. Wir wissen ja jetzt auch, okay, beide wohnhaft in Bankwitz. Also können wir im Internet mal schauen, ob wir eventuell irgendwelche Einwohnerlisten finden, ob wir irgendwelche Zeitungen finden, weil viele Zeitungen wurden tatsächlich auch eingescannt von irgendwelchen Heimatvereinen. So hatte ich zum Beispiel das Glück, dass von dem Kreis Namslau, wo Bankwitz liegt, natürlich auch das Ortsverzeichnis mit eingescannt wurde. Und hier haben wir das, was ich kurz am Anfang mit erwähnt hatte, mit der Germanisierung. Wir sehen Bankwitz, Mangenschütz-Kreis-Prieg, also das war in der Gemeinde quasi mit, dass der Johann, und hier sehen wir, dass es mit SCH geschrieben wurde. Dass er dort Gemeindevorsteher, also Bürgermeister nicht, weil Bankwitz einfach zu klein war, aber Gemeindevorsteher war von Bankwitz. Und so wissen wir jetzt, okay, der Vater hat dann tatsächlich dort ein bisschen was erreicht, ist jetzt natürlich nur noch Häusler, oder dann später nur noch Häusler gewesen. Und hier haben wir dieses, auf das ihr unbedingt achten müsst, dass früher Sachen mal ein bisschen anders geschrieben wurden. Das sehen wir dann auch natürlich noch in den Kirchenbüchern. Als kleines zweites Beispiel, also wichtig immer, holt euch diese Registereinträge, weil die Registereinträge mehr Informationen hinhalten, auf die ihr dann weiter zurückgreifen könnt. Um mal ein anderes Beispiel zu nehmen, das ist jetzt kein Ostgebiet, das ist in Sachsen, obwohl es heutzutage ja doch schon ein Ostgebiet mit ist, aber egal. Das ist jetzt natürlich Sachsen. Und hier sehen wir, warum ich am Anfang gesagt habe, es ist wichtig, Sütterling zu lernen, oder zumindest lesen zu können. Es fängt hier schon langsam mit an. Hier ist es noch nicht schlimm. Tatsächlich, das ist noch so lesbar, der Fabrikarbeiter und Obergefreite, das kann man alles soweit lesen. Mit ein bisschen Anstrengung, also das ist alles noch so leicht lesbar. Wichtig ist aber auch nicht hier der erste Teil, das ist nämlich auch ein Registereintrag, sondern der zweite Teil. Der zweite Teil ist recht wichtig, Wichtig, weil auch hier steht dann, das ist natürlich wieder unterschiedlich, dahingehend, dass das hier Sachsen ist, das andere Schlesien. Auch wenn beides preußisch im Endeffekt dann unter dem Deutschen Reich ist, haben sie natürlich trotzdem ihre eigenen Formulare, sage ich mal, oder ihre eigene Struktur. In Sachsen wurde es dann natürlich ein bisschen aufgeteilt. Hier der zweite Teil, dann stehen die ganzen Sachen drin, wie Vater des Mannes, in dem Fall dummerweise nichts, aber die Mutter des Mannes. Und auch, wo die Mutter geboren wurde, die wurde unter dem Registereintrag 85, 1894 angelegt. Genauso Vater und Mutter der Frau. Können wir da natürlich auch schauen. Und direkt dort anfragen, hier beim Standesamt in Spree oder in Altmarkt, beziehungsweise dieser, können wir dann anfragen, hier, ich bräuchte diesen, diesen und diesen Registereintrag. Weil die Eheschließung sehen wir dann natürlich wieder, hier von den beiden, von Mutter der Frau und Vater der Frau, haben wir natürlich die Eheschließung mit, was uns dann wieder weitere Möglichkeiten gibt, zurückzuforschen. Das erstmal dazu. Jetzt wollen wir uns natürlich anschauen, wo kriegen wir denn die ganzen Sachen her. Als erstes nehmen wir uns dazu. Ich verlinke natürlich jede Seite mit unten in der Beschreibung, logischerweise. Für alle, die nicht so eine Karte haben, wie ich sie am Anfang in die Kamera gehalten habe, haben wir hier eine Internetseite, die macht das relativ gut. Auf der kann man sich die ganzen Sachen dann quasi, die ganze Sütterlind-Schrift nebenher legen, vielleicht auf dem zweiten Bildschirm und kann das dann so ein Stück weit übersetzen, was denn dort dasteht. Weil wir werden dann gleich sehen, dass Sütterlind tatsächlich gedruckt recht leicht zu lesen ist. In der Handschrift von Kirchenbüchern sehr schwierig teilweise, weil es ist nur mal eine Handschrift mit. Wir haben ja auch schöne Beispiele mit drunter, wie denn das aussehen kann. Also die Seite hat mir am Anfang relativ viel geholfen, bevor ich mir so einen Übersetzer hier geholt habe, mit dem es dann deutlich einfacher ist, das da einfach mal daneben zu halten. So, jetzt schauen wir uns mal natürlich an, wo sind denn die ganzen Kirchenbücher, Standesamtunterlagen und etc. von Ostpreußen gelandet. Der große Vorteil ist, ein Großteil der Standesamtunterlagen und Kirchenbücher wurden 1944 bereits ausgelagert nach Berlin. Glück für uns, aber Pech, nicht alle wurden ausgelagert und viele sind unterwegs natürlich auch verloren gegangen. Nichtsdestotrotz, wir können unser Glück probieren. Wir haben eine beim Landesarchiv in Berlin, die sind noch dabei, aber die haben schon einen ganzen großen Teil der ganzen Unterlagen, die dort im Archiv haben, digitalisiert, sodass wir sie uns hier angucken können. Diese ganzen aus den Ostgebieten, die ganzen Unterlagen, sind alle unterm Standesamt Berlin 1. Das geben wir einfach mal ein. Hier haben wir dann die verschiedenen Standesämter, könnt ihr dann gerne alles mit durchgehen, aber von den Ostgebieten ist Berlin 1 mit drin. Wir wählen dann natürlich gleich alles aus und bei Sterberegister, Heiratsregister, Geburtenregister und hier könnt ihr dann reingehen. Ihr könnt euch dann anschauen, alles im PDF-Format natürlich. Ganz wichtig ist, natürlich sind doch nur die digitalisierten Kirchenbücher. Die kompletten Einträge, also ich zeige euch das mal, wie das dann aussieht. So, so sieht dann ein Kirchenbuch aus. Und ihr seht schon, das ist, ja, hier könnt ihr dann natürlich durchgehen und das euch alles angucken. Hier steht dann natürlich auch der Beruf mit drin, teilweise. Wichtig ist aber, wir schauen uns das nochmal an, wenn ihr hier irgendwie einen Eintrag haben möchtet. Beispielsweise von denen hier oben. Dann habt ihr hier die 24. Wichtig ist aber, dass ihr diese Nummer euch mit dazu schreibt. Unter der Nummer ist das in Berlin nur gelistet. Dort könnt ihr die Anfrage stellen und sagen, hier, ich brauche aus diesem Bestand, dieser laufenden Nummer, den Eintrag Nummer 24. Und dann schicken die euch das natürlich zu als Kopie, nicht im Original. Das ist viel Sucharbeit. Vor allem, wenn ihr einen Namen habt, der sehr häufig ist, wie, ja, Müller oder sonst irgendwas, dann werdet ihr viele, viele Stunden hier rein versenken. Es ist Arbeit, aber es lohnt sich. Also ich habe für meine Familie hier elend lange da gehangen. Die ganzen Einträge, ich meine, das ist relativ leicht, wenn man dann immer zum jeweiligen Buchstaben mit vorgeht. Dann ist das relativ leicht. Wenn ich dann hier bei F zum Beispiel bin, da findet sich, das ist ja alles alphabetisch geordnet, glücklicherweise, da ist das relativ leicht. Aber jetzt müssen wir natürlich erst mal wissen, welche Standesämter sind denn in Berlin 1, also im Landesarchiv, hinterlegt oder schon digitalisiert. Dazu haben wir hier eine Liste. Auch ein PDF, ein Link, das mache ich euch mit rein natürlich. Aber hier sehen wir, welche im Landesarchiv Berlin mit hinterlegt sind. Ganz wichtig ist, wenn ihr eine Anfrage in Berlin einstellt, also in Berlin im Archiv, dann muss euch das Standesamt zu dem jeweiligen Ort bekannt sein. Das heißt, nur weil ihr hier Orte seht, heißt ja nicht, dass es jeweils der Standesamt dazu war, weil es die Ortschaft, der Landkreis und es kann ja tatsächlich dann Altheide ein anderer Ort, ein anderes Standesamt mit sein. Und wie ihr seht, sind natürlich auch die verschiedenen, also Schlesien drin, Ostpreußen. Wir nehmen mal eins. Wo haben wir denn hier einen schönen Ort? Was klingt denn cool? Brosoven. Das klingt so ein richtig schöner masurischer Name. Nehmen wir Brosoven im Kreis Angerburg. Da haben wir drei Sachen hinterlegt. Und jetzt wollen wir natürlich schauen, wo liegt denn Brosoven im Kreis Angerburg. Dazu haben wir diese Seite oder welches Standesamt hatte. Dazu haben wir diese Seite. Sehen den Kreis Angerburg. Genwiki immer zu empfehlen. Hier kann man Stundenreihen versenken in die Seite und findet immer wieder neue Sachen. Richtig klasse. Also wir nehmen jetzt den Landkreis Allenstein, weil, nee, Entschuldigung, Angerburg wollte man nehmen. Ah, ja genau. Kreis Angerburg logischerweise, weil Brosoven, wie wir es gesehen haben, Brosoven liegt im Kreis Angerburg. Dann sehen wir natürlich auch die Kirchenbestände vom Kreis Angerburg und von die Standesamtbestände. Hier gehen wir gleich mal rein und sehen, dass die Brosoven ein eigenes Standesamt hatte. Glücklicherweise. Genau. Also können wir tatsächlich sagen, wenn wir Brosoven suchen, okay, Brosoven gehörte zum Standesamt Brosoven und sehen dann auch in Standesamt 1 Berlin. Genau so deckt sich das quasi wieder mit dem vom Standesamt selber, dass hier diese Sachen hinterlegt sind. Also die arbeiten da gut zusammen. Aber jetzt wissen wir zumindest, dass Brosoven ein eigenes Standesamt hatte. Okay, machen wir mal ein bisschen weiter. Was gucken wir uns denn noch an? Wir nehmen mal Buddelkämen. Gehen wir mal von Masuren weg. Gehen wir mal nach Norden ins Memelland. Buddelkämen. Das hört sich richtig schön an im Kreis Memel. Machen hier dasselbige quasi. Suchen uns mal den Kreis Memel raus. Kreis Memel. Und sehen, okay, Buddelkämen selber hatte wahrscheinlich K1, oder? Doch Buddelkämen hatte auch sein eigenes Standesamt. Sieh an. Aber jetzt wisst ihr zumindest, okay, das war jetzt Vorführeffekt, jetzt wisst ihr aber wenigstens, wie ihr rauskriegt, welches Standesamt da tatsächlich zu was gehört. Also wo ihr rausfindet, was für ein Standesamt es war. Ich habe da natürlich auch dasselbe mit den Kirchenbuchbeständen. Also das ist hier genauso hinterlegt. Sogar mit einer netten Karte, wo es denn liegt. Um auch herauszufinden, zu welchem Standesamt der Ort gehörte, reicht es auch einfach, eine Google-Anfrage zu machen. Also Google mal schnell suchen, den Ort eingeben und dahinter dieses Wörtchen Genwiki zu schreiben. Weil dann findet man immer relativ viel. Damit haben wir jetzt, wisst ihr jetzt erstmal, wo ihr die Standesamtunterlagen herkriegt. Natürlich in Berlin. Wir müssen aber uns bewusst sein, deswegen kann ich euch hier auch bei dem nichts weiter zeigen, beziehungsweise bei dem hier nichts weiter zeigen, weil das einfach verloren ist. Also die Eheschließung habe ich Glück gehabt, weil das mit überliefert war. Aber zum Beispiel Geburtseintrag ist einfach nicht mehr da. Ist natürlich 45 mit zerstört worden. Ja, Pech gehabt. Kann man nun mal anders sagen. Und genauso mit den Kirchenbüchern. Wenn wir aber mal schauen, apropos Kirchenbücher, wie kommen wir denn an die Kirchenbücher? Es gibt zwei Möglichkeiten. Zuerst, die ganzen Kirchenbücher wurden damals vom Reichsippenamt im Dritten Reich auch zusammengefasst und archiviert. Natürlich noch nicht digitalisiert, das kam dann später hinzu. Aber die wurden vom Reichsippenamt alle zusammengetragen und sind heute in Landesarchiv oder beziehungsweise in der Deutschen Zentralstelle für Genealogie in Leipzig hinterlegt. Das wäre dann diese, das Staatsarchiv von Leipzig, wie es auch hier steht. Ich war dort schon vor Ort. Ihr müsst euch das so vorstellen, wie in den ganzen amerikanischen Filmen. Diese laufenden Meter an Filmautomaten, wo man so durchscrollt und sich da eine Screenshot machen kann und dann ausdrucken kann. So ungefähr. Also ziemlich genau so. Weil man sieht ja, es sind laufende Meter. Und da könnt ihr dann hingehen. Das kostet natürlich eine Benutzungsgebühr. Die Benutzungsgebühr richtet sich aber danach, wie viel ihr dort rausholt. Also wie viele Seiten. Ich glaube, pro Seite 5 Euro oder was es war. Das ist schon eine Weile her bei mir. Das kann sich jetzt die Preise auch geändert haben. Also da mich nicht festnageln. Aber auf jeden Fall sehen wir auf dieser Seite, welche Kirchenbücher des Reichssippenamtes noch hinterlegt waren oder hinterlegt sind. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir sehen hier 1601 bis 1946. Aber wir wollen jetzt erst mal Ostpreußen gucken und sehen dann auch hier die Kreise. Wir bleiben jetzt mal beim Kreis Angerburg. Dann sehen wir natürlich, ganz wichtig, sehen wir natürlich, welche Datierung das hier mit hinterlegt ist. Also ihr könnt da echt Glück haben, dass ihr da was findet. Wichtig ist aber, wenn ihr dort eine Anfrage schickt, also ihr müsst da tatsächlich live vor Ort hinfahren, dann brauchen die diese Nummern. Weil die legen euch diese Filmrollen dann bereit und sagen, hier könnt ihr euch, kannst ihr angucken. Gucken mal rein. Ihr müsst diese Nummer haben, diese Signatur, die müsst ihr mit angeben und dann könnt ihr dort suchen und euch das dementsprechend ausdrucken. Wie ihr schon gesehen habt, ist es dabei sehr, sehr wichtig, dass ihr Sütterlin lesen könnt. Weil wir haben uns vorhin die Kirchenbücher angeguckt. Wenn ihr dort live vor Ort seid, dann müsst ihr das dort lesen können, um rauszukriegen, wer denn das mal, beziehungsweise auch mit Rechtschreibfehlern der jeweiligen Pastoren dort klarkommt. Okay. Es gibt aber noch eine zweite Anlaufstelle. Das ist das Evangelische Zentralarchiv. Dort könnt ihr natürlich auch nachschauen. Problem beim Zentralarchiv ist, es liegt nicht in Berlin, also es liegt in Berlin, aber das ist nicht das Problem, sondern ihr habt hier eine Kirchenbuch-Suche. Die Kirchenbuch-Suche läuft im Prinzip genauso ab. Ihr guckt euch an, was haben die denn da? Dort seht ihr, was tatsächlich da ist und könnt dann einen Antrag hinstellen. Ihr könnt dann dort anfragen, ähnlich wie in Leipzig, kann ich mir das angucken und kann ich mir da was ausdrucken. Also hier habt ihr auch noch mal die Möglichkeiten. Ihr wisst ja dann so ungefähr, welches ihr anfragen müsst. Dementsprechend sollte das relativ leicht einzugrenzen sein, weil wir haben ja jetzt gesehen, an der Hand der Eheurkunde oder Sterbeurkunde beziehungsweise des Register-Eintrages kann man leicht rauskriegen, wo und was ich suchen muss. Jetzt haben wir natürlich noch mal einen kleinen Exkurs, sage ich mal, dahingehend. Wir haben zwei bedeutende oder ich sage mal drei bedeutende Kriege gehabt, die für uns relevant sind, um vielleicht rauszukriegen, ob jemand gefallen ist, ob jemand auch verwundet wurde. Die Möglichkeiten haben wir. Da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, online direkt zu suchen, weil es gibt die ganzen Verlustlisten von der preußischen Armee sind mittlerweile digitalisiert worden. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr ladet euch die Liste selber runter. Die sieht dann so aus. Verlustliste zum Beispiel, wir gucken mal, welche habe ich hier? Der Königlich-Preußischen Armee, Großherzoglich-Badischen Division von 1870-71, also der Deutsch-Französische Krieg ist das. Und wir sehen hier, wenn wir ein Stück weit runtergehen, direkt hier Ostpreußisches Grenadierregiment und Schlesisches und Posenges habe ich auch irgendwo gesehen schon. Ja, Posenges Infanterieregiment, also hier sind auch die die Listen direkt mit hinterlegt. Aber hier könnt ihr natürlich suchen, bis euch ja die Schwarte kracht. Fehlenswerter ist es, die Suche zu verwenden. Die Sachen sind natürlich auch digitalisiert worden und hier könnt ihr ganz einfach suchen. Wir suchen mal, ihr wisst ja alle, wie ich heiße, von da ist es nicht so schlimm. Wir suchen mal nach einem Vorfahren von mir, ob ich denn, ob da denn irgendjemand ist. Aufpassen hier, der Suchen-Button sieht nicht wirklich aus wie ein Suchen-Button, aber das ist einer. Aha, also jetzt sehen wir hier Friedrich Karl zum Beispiel, Ort Püritz. Ich glaube nicht, dass der mit mir verwandt ist, aber wenn wir draufgehen, zeigt uns das direkt, dass wir hier, Jäger, Karl Friedrich aus Püritz, so können wir rauskriegen, ob an einer unserer Verwandten oder Vorfahren vielleicht 1870, 71 gestorben ist. dasselbe haben wir für den Ersten Weltkrieg. Auch hier werden wir mal suchen. Da finden sich wohl ein paar mehr. Jetzt weiß ich, dass einer meiner Vorfahren Wilhelm hieß und in Berlin geboren wurde. Ich weiß auch, wann er geboren wurde, glücklicherweise. Und schauen wir uns jetzt einfach mal an, ob denn das einer ist. Friedrich Wilhelm, hier müssen wir rüberscrollen, auf der Seite, Friedrich Wilhelm, Berlin, schwer verwundet. Ja, könnte sein, wissen wir aber noch nie genau, beziehungsweise kann man noch nie eingrenzen. Wir haben ja aber hier noch noch mehr, weil ich weiß, dass er aus Berlin kam, dementsprechend ist es relativ leicht, dass es eventuell dann dieser ist. wieder Friedrich Wilhelm, geboren 15.07.1885 und das stimmt tatsächlich, also weiß ich jetzt, okay, das ist mein Ur-Ur-Opa, könnte das sein? Nee, Entschuldigung, mein Ur-Opa ist das sogar. Ja, der ist recht später nochmal Vater geworden. Aber jetzt wissen wir, dass er leicht verwundet wurde im Ersten Weltkrieg und das stimmt auch, leicht verwundet dahingehend, dass er dann kriegsuntauglich wurde und dann als Bühnenarbeiter in Babelsberg mitgearbeitet hat. So viel weiß ich dann auch, weil das auch in seiner Sterbeurkunde mitsteht, also in dem Registereintrag. Aber hier habt ihr dann die Möglichkeit vielfach nochmal abzugleichen, ist denn das derjenige oder ist denn das der nicht? So, jetzt haben wir den Krieg 1870 abgeklärt, den Ersten Weltkrieg abgeklärt. Beim Zweiten Weltkrieg gibt es das dummerweise noch nicht. diese Verlustlisten. Logischerweise ist es da vielleicht ein bisschen schwieriger, weil der Zweite Weltkrieg doch ein bisschen, ich sag mal, chaotischer abgelaufen ist und nicht so geordnet, in Anführungsstrichen geordnet, wie der Erste Weltkrieg, wo noch Listen und alles geführt wurden. Was man aber finden kann, auch wenn es die Verlustlisten nicht als Komplettes gibt, ist dieses hier. Hier findet man teilweise Verlustlisten von 1939. Es gibt auch die anderen Kriege, also auch hier die Zweite Dreieinigungskriege gibt es als Liste und also hier könnt ihr dann natürlich auch mit schauen, ob ihr noch frühere mit habt. Aber vom Zweiten Weltkrieg gibt es dummerweise hier nichts. Auch die Verlustliste Stalingrad ist natürlich sehr lückenhaft und Deutschland gefallene Soldaten bei Ancestry würde ich jetzt wenig empfehlen. Einfach dahin gehen, dass es ein Bezahldienst ist. Verlustlisten Zweiter Weltkrieg vom Denkmalprojekt, da muss man halt dann immer wissen, tatsächlich wo er jenige war. Können wir mal schauen. Hier kann man dann natürlich gut suchen, was denn passiert ist, ob er denn verloren gegangen ist oder nicht. Man muss es halt dann, es gibt diese einfache Suche dummerweise nicht. Es gibt aber noch zwei andere Möglichkeiten, um jemanden zu finden. Die erste ist die Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht. Langer Name. Kurz heißt sie DD-Wast. Das ist diese. Die DD-Wast ist auch eine Abteilung des Bundesarchivs. Dort könnt ihr einen Antrag stellen, einen Benutzungsantrag. Der sieht dann so aus. Warum, weshalb, warum möchte ich das haben, warum möchte ich das veröffentlichen, wie stehe ich zu der Person im Verhältnis und dann bearbeiten die das. Dann schicken die euch alles, was sie dort haben. Das heißt, sie schicken euch, zu welcher Zeit war derjenige wo stationiert, zu welcher Zeit wurde er vielleicht verwundet gemeldet, zu welcher Zeit wurde er als vermisst gemeldet oder ist gefallen und auch unter welcher Hundemarkennummer er geführt wurde oder welcher Feldpostnummer genauso. Dann könnt ihr euch den Weg der jeweiligen Division, wo derjenige war, im Internet dann natürlich mit zurechtsuchen. Alles viel Recherche, aber das Schöne ist, ihr habt festgestellt, wir können fast alles erst mal am Rechner schon machen. Die zweite Anlaufstelle ist das DHK, das hat einen Suchdienst, aber Vorsicht walten lassen, das DHK hat angekündigt, dass es die Suche eigentlich nur noch bis Ende 2021 machen möchte, weil sie da ausgeht, dass dann alle soweit die Interesse haben, das auch dann schon angefragt haben, aber als sie das verkündigt haben, gab es so einen massiven Ansturm, dass sie das jetzt erst mal wieder verlängert haben. Aber hier könnt ihr auch beim DHK eine Suche starten, dort erfahrt ihr im Endeffekt genau dasselbe ist, aber das DHK sucht im Hintergrund noch bei den russischen Gefangenenlagern, also bei den ganzen Gulags, ob denn da irgendwas ist, natürlich nicht bei allen, weil die Russen haben heute genauso wie damals alle Sachen unter Verschluss, heißt, wir sehr langen, wirklich sehr langen Wartezeiten rechnen. Und mit sehr lange meine ich sehr lange, gerade das DDVast braucht recht lang, weil die so eine Masse an Anfragen haben, also zwei bis drei Jahre Beantwortungsfrist ist da keine Seltenheit mitunter mehr. Am Anfang, als ich das so 2012, 13 angefangen habe, ging es schnell, war es innerhalb von einem halben Jahr da, als ich dann weiter gemacht habe, 2016, etc., so ein bisschen später, ging es dann schon von zwei Jahren, also ihr müsst tatsächlich mit langen Wartezeiten rechnen, beim DRK ähnlich, die sind auch sehr beschäftigt mittlerweile. Im Grunde war es das erste Mal natürlich. Ganz wichtig ist, fällt mir gerade ein, nehmt euch Adressbücher, sucht euch Adressbücher, wie zum Beispiel hier auch wieder beim Genwiki, Adressbücher von allen Steinen, zum Beispiel. Wenn ihr wisst, dass euer Vorfahr irgendwo einen Laden hatte, dann googelt einfach mal Adressbuch die Stadt und dann in irgendein Jahr, vielleicht hier wie jetzt 1938, es bietet sich dann immer ein, so vielleicht kurz vorm Krieg mal die Jahreszahl einzugeben. Dann kommt ihr häufig auf die Genwiki Seite und könnt dann direkt mit reinschauen, ob denn derjenige hier mit irgendwo hinterlegt ist. Da habt ihr die Adressen mit hinterlegt, wo denn derjenige gewohnt hat, wenn ihr wisst, wie er hieß oder so ungefähr zumindest da was habt und könnt euch dann das mit zurechtsuchen. Also es ist mit alles sehr viel Recherchearbeit verbunden, aber ich kann euch versprechen, es macht wirklich Spaß, wenn man dann immer wieder auf neue Sachen stößt. Ich habe es euch ja eingangs gezeigt, wie viele Originalurkunden man teilweise sogar kriegt. Natürlich kommt das auf die Standesämter an, ob die euch Unterlagen von vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren teilweise noch zur Verfügung stellen oder euch Original rausgeben, können tun sie es. Ob sie das dann machen, liegt immer ein bisschen in dem Bearbeiter. Aber da ist es wie überall, wie es im Wald reinruft, so schallt es raus, also seid immer freundlich und höflich, fragt dort an, sagt direkt, was ihr wollt und warum ihr das macht und ganz wichtig, bezahlt recht schnell diese Gebühren, weil immer ist logisch, jedes Amt möchte für alles eine Gebühr haben, das ist aber wirklich Kleinstbeträge, es sind zwischen 10 und 20 Euro pro irgendwas, wo ihr beim Standesamt anfragt, das ist wirklich nicht der Redewert. Aber da es Ämter sind, wollen die natürlich relativ schnell ihr Geld haben und schicken meistens erst dann danach raus. Einige Ämter machen es vorher, viele erst danach. Natürlich bin ich jetzt nur auf die Ostgebiete ein Stück weit eingegangen, das heißt Berlin 1, merkt euch Berlin 1 als Amt, wo die ganzen Ostgebiete hinterlegt sind und Leipzig, das Archiv, dass ihr wisst, wo vom Reichsippenamt, weil das war wieder ins zu weit, wo vom Reichsippenamt dann die Sachen hinterlegt sind. Könnt ihr dann natürlich auch noch ein bisschen weiter gehen, also die ganzen Volksdeutschen, die dort quasi gelebt haben, wurden natürlich dann auch mit dort erfasst und nach Leipzig exportiert beziehungsweise da jetzt später dann dort mit eingegliedert. Es gibt natürlich in der restlichen Bundesrepublik die ganzen Standesämter und Kirchenbücher sind natürlich leicht dazu raus zu finden. Also wenn ihr Glück habt und eure Familie oder eure Vorfahren nicht komplett aus Ostpreußen kamen, vielleicht sogar nur dahin irgendwann mal ausgewandert sind, habt ihr die Möglichkeit, dass ein Teil vielleicht die Generation vor Ur-Ur-Generation in Ostpreußen lebte, aber die Generation davor schon wieder irgendwo aus Westfalen oder irgendwo aus dem Ruhrpott kam und habt dort die Möglichkeit vielleicht Kirchenbücher dann dort zu finden und das geht heute geht natürlich deutlich leichter. So zum Beispiel in meinem Fall als kleines Beispiel nochmal, bei mir war es dann irgendwo oben in Mecklenburg in Pommern in der Gegend und dort liegen die ganzen Unterlagen zum Beispiel in Greifswald und kann man sich dort mit anschauen. Ihr müsst immer natürlich schauen, wie es ist mit den aktuellen Corona-Bedingungen, logisch, aber an und für sich reicht es überall einfach nur eine E-Mail hinzuschicken, egal ob Standesamt, Archiv oder sonst irgendwas reicht vollkommen zu. Jetzt habt ihr gesehen, wie und was und wo ihr alles herbekommt, auf was ihr achten müsst und welche Anlaufstellen es gibt. Eins habe ich euch nicht gezeigt oder mehr eines davon ist sowas zum Beispiel ich habe es mit erwähnt aus Kreisblättern zum Beispiel einzuscannen hier wieder am Beispiel von meinem Ur-Uropa da im Prinzip das habe ich mit im Netz gefunden und hier geht es im Prinzip darum Donnerstag den 7. Juni 1883 zum freiwilligen einjährigen Wehrdienst wer denn da hin darf, wer denn da hin nicht hin darf und da habe ich gefunden dass mein Ur-Uropa leider wegen geringer körperlicher Fehler nicht zum einjährigen freiwilligen Wehrdienst genommen wurde schade aber hier habe ich zum Beispiel den Namen schon wieder drin gefunden und konnte wieder ein Stück weit mehr über ihn rausfinden hätte ich nie rausgefunden weil wie mal gesehen haben die ganzen Unterlagen davon sind leider weg deswegen auf sowas guckt euch an schaut im Internet nach egal wo ihr herkommt oder eure Großeltern Urgroßeltern etc. herkommen sei es aus Königsberg gibt es viel Digitalisiertes sei es aus Allenstein Angerburg Memel gerade Memel gibt es sehr viel alte Adressbücher Memelner Dampfboot sowas alles schaut das euch im Netz an ja ihr müsst das durchlesen euch es gibt selten eine Suchfunktion aber es macht Spaß erstens weil man sich in eine andere Welt wieder versetzt fühlt mehr mittendrin ist und wenn man dann tatsächlich etwas findet zum Beispiel eine Werbeannonce in irgendeiner alten Zeitung von vor 100 200 Jahren dann ist das schon ein schönes Gefühl deswegen falls ihr irgendwas Hilfe braucht also sprich jetzt irgendwie wenn ihr im Osten ein Grab sucht weil es kann durchaus sein dass natürlich dass ihr irgendwann einen Punkt stoßt wo nichts mehr geht und wenn ihr da auf einen auf einen Engpass stoßt wo ihr sagt jetzt brauche ich hier vor Ort Hilfe schreibt mich an info at geschichtliches minus erbe.de blende es natürlich wieder unten ein logisch und schreibt mir eure Vorstellung was ihr braucht was ihr haben möchtet und dann fahre ich da bei der nächsten Gelegenheit hin ich bin sehr oft oben von da ist das kein Thema und wir werden uns dann sicherlich einig wie wir uns dann austauschen können wenn ihr anderweitig Hilfe braucht immer her damit kommt auf Discord mit vorbei da geht es am schnellsten oder natürlich per Mail ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Suchen und wir sehen uns das nächste Mal bis dann und vergesst mir Ostpreußen nicht